was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute im bausimulator 2015 zusammen mit dem toto hallo was denn ich hab gerade wieder ich hab gedacht jetzt hübsch mal schnell zum baustoff händler und guckst mal ob du da irgendwas bekommst ja aber aber hier gibt es nichts das ist ja doch und dabei habe ich dann die betonpumpe mitgenommen hast du mitgenommen die betonpumpe die betonmücher habe ich mitgenommen ich wollte eigentlich alleine habe ich gerade fest schnell mit dem taxi mal dahin aber ich saß noch im betonmücher drin aber bis du dein ding da aufgebaut hast ja schon fertig ich gebe schon beton hier nach muss mir beilen ja bitte moment moment und fahr doch ich habe nichts mehr ja ich bin unterwegs saure zugerrett in energy die scheiß ampel wie ich hasse die ich bin sofort da wir haben wir uns dann hingestellt oh Prost. Prost. Kommt was? Nee Kommt was? Nee Scheiße, du stehst so scheiße da Ich komm nicht an dich ran Weil hier der scheiß Berge ist hier hinten Okay Und jetzt Kommt was? Nee, doch, 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 es kommt Das war gut Ich pack hier das Ding fest Oh mein Gott Gleich liegt wieder irgendwas Ist mir scheißegal Wow, ich mach das Ding hier voll Das Ding dreht sich im Kreis Ja Voll ist voll Egal wie Das Ding doch mal gerade Ich mach das mal den Beton hier aus Das spritzt ja alles durch die Gegend Der kommt nicht da raus Muss das glaube ich Was ist denn Nicht weiter rein Ah, komm schon, komm schon Der hängt da an der scheiß Ecke fest Ich muss ihn hier so irgendwie rausdrehen Ja Geht doch Ja, mit ein bisschen Gewalt geht alles Ich glaub jetzt hängt er am nächsten Ding fest Ich glaub jetzt hängt er am nächsten Ding fest Der ist nicht so ganz Und xxx Wir müssen so viel Beton wie möglich hier reinbumsen Wenn es noch was mit Mit gießen kommt haben wir ein dickes Problem Wenn noch was größeres kommt dann Ich weiß ja auch nicht ob er irgendwie noch Fahrzeuge freischalten kann oder Wir haben noch DLCs die wir uns kaufen könnten Ein Mods gibt glaube ich auch soweit Ich weiß Ja Ja Aus, weg, tschüss Wo ist das denn scheiß Ohne Witz Gute Geselle Wir haben's Toto Ohne Wett fertig Jetzt holen wir uns die Fertig Bauen wir den Zugmaschinen Ja, mit dem Anhänger Weiß ich dir mal wie das geht Äh, wo war's denn da jetzt dran Ja, dann befestigen Ach, hm, jo, okay Ich hab das zwar gelesen, aber ich dachte, du Arschleuch, ich will die Lärmung nicht befestigen, ich will das Ding zumachen Wacht mal so Was auch Mensch, Schöns, Kinder, nee Ach, Schüft, okay Ja, manchmal ist es so, manchmal ist es so Ja Hier sollts noch durchblicken, ey warte mal besorgen sieben Fertigwände von der Fertigwandfabrik und setze die in der richtigen Position auf der Baustelle Fertigwandfabrik, wo haben wir sie denn? Hafen, Industriegebiet Wasteland, Fertigwandfabrik ich hab sie markiert na dann auf ja was das jetzt war kann ich auch nicht beschreiben Mensch ey was ist denn jetzt hier los unfassbar hoffentlich kommt dein Chef nicht an und sagt das ist doch einfach für sieben warte 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 messe warte 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 So. Ey, was geht ab? So. Und jetzt? Kann ich einkaufen, solange wie der Hänger nicht auf dem Ladebereich steht. Was machen wir jetzt? Kannst du dir einen Kabelstapler mieten? Nee. Nee. Das ist doof. Aber ich setz den doch einfach zurück zum... äh... Was sagst du schon? Zur Fertigwand. Geht das? Ja. 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 Wollt. Dann schauen wir mal. Müssen wir... Escape. Firma. Fuhrpark. Nee. Äh... Stieflader und Zugmaschine. Einparken. Warte mal kurz bevor du irgendwas drückst. Guck mal Escape... äh... Das löschen... die Löschungs-Taste. Ne. Das... äh... Das... äh... Mal raus. Die ist blockiert. Die ist blockiert. Hä? So. Das ist bei dir geklappt. Das nennt man Respekt und Skill. Hm. Ja. Und G steht für Gönnen. Ja. Jetzt fahr bitte langsam. Jetzt fahr ich ja schon wieder da rein. Hat die Schnitt. Mach auf das Ding. Ist doch kein Drehschemel. Hat die Klappe. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich wusste, dass sowas kommt. So. Die scheiße einkaufen, ey. Aber gut, meine lieben Freunde. Wir sind doch am Ende unserer Folge ange... Ne, komm. Wir kaufen das noch eben ein. Und dann machen wir Feierabend. Wir sehen, wie das aussieht. So. So. Das sieht ja... voll aus. So. Ladung befestigen. Komm. Gut, meine lieben Leute. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Zur nächsten Folge wieder vorbeischauen. Und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.